Wasser oder so, okay, springen wir mal raus hier und, äh, wieder in die andere Richtung oder kam wieder her? Kam wieder her oder kamen wir aus der andere Richtung? Ich hab keine Ahnung Da sind wieder zwei Kontrollpunkte, ich weiß nicht, was das soll Okay, ne, hier kamen gerade vorbei eigentlich, oder? Hier irgendwo ins Wasser Oh, Spider-Man kann schwimmen Ein Held, der schwimmen kann, oh mein Gott Okay, abfließen lassen, weil es zu hoch ist, alles klar Ja, aber hier ist nur gerade ein Zug so Okay, da durch, kein Ding und